Der Acer T231H ist der neue ergonomische 23 Zoll Multitouch Monitor, der eine völlig neue barrierefreie Interaktion zwischen Benutzer und Windows 7 Multitouch Interface ermöglicht. Eine besondere Arbeitsergonomie wird durch den von 5 bis 60 Grad kippbaren Standfuß ermöglicht, sodass man nicht nur aufrecht, sondern auch schön flach direkt über dem Bildschirm arbeiten kann. Dies ist besonders für Designer und Künstler wichtig, die bisher solche Funktionen vermissten und sonst immer auf sehr teure Custom-Lösungen zurückgreifen mussten. Die Interaktionen mit 3D-Applikationen, 3D-CAD-Visualisierungsanwendungen oder Zeichen- und Grafikprogrammen ist auf dem Acer T231H Multitouch Monitor so angenehm einfach und ergonomisch wie noch nie. Die Interaktion mit Programmen und den Windows 7 Features erfolgt direkt mit den Fingern am Bildschirm, wobei der Acer T231H auch über die neuesten Multi-Gesture-Funktionen verfügt, mit denen man durch zwei Finger Operationen wie Scrollen von Webseiten und Dokumenten, Blättern, Zoomen und Drehen von Bildern schnell und intuitiv durchführen kann. Und durch die hohe Full-HD-Auflösung mit 1980x1080 Pixel werden grafische 3D-Objekte sowie die eigenen Kunstwerke mit besonders hoher Detailstufe dargestellt. Full-HD-Videos können selbstverständlich mit höchster Qualität auf dem Acer T231H wiedergegeben werden, auch weil der hohe dynamische Kontrast von 80.000 zu 1 ein sensationelles Seher-Erlebnis gewährleistet und dadurch selbst dunkle Szenen und schattierte Bildfolgen optimal abgestuft dargestellt werden können. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten, denn durch die niedrige Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden gehören Schlieren und lange Latenzen beim Spielen der Vergangenheit an. Fließende Übergänge ohne Ghosting-Effekte bei schnellen Bildfolgen predestinieren selbst diesen Bildschirm für Profi-Gamer, die 100% keinen Gegner übersehen wollen. Über die Schnittstellen VGA, digitaler DVI mit HDCP und digitaler HDMI-Eingang können dem Acer T231H auf Wunsch sogar unterschiedliche Videosignale auch in HD zugespielt werden, sodass dieser Bildschirm problemlos sowohl für den Desktop-PC als auch gleichzeitig für das Notebook oder Netbook genutzt werden kann. Integrierte Lautsprecher geben den Ton von analogen Quellen wieder, wobei der USB-Port die Multi-Touch-Funktionen des Bildschirmes an den Computer übermittelt. Durch die kompakte Bauweise ohne massiven Standfuß passt der Acer T231H Multi-Touch-Monitor zudem selbst auf kleine Arbeitsflächen. Das schlichte und moderne Design sowie die schwebende Bauform mit den zwei transparenten Standbeinen und dem kippbaren Fuß lassen ihn sehr elegant aussehen. Alternativ kann er aber auch mit Hilfe einer Weser-Montagehalterung direkt an der Wand befestigt werden.